Meditation Meinen Körper mögen Setze dich bequem aufrecht hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme tief in den Bauch ein, halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem gleichmäßigen Atem. Beim Ein- und Ausatmen. Ein- und Ausatmen. Deine gleichmäßigen Atemzüge wärmen deinen Körper und tanken dich mit Energie auf. Während diese Energie in jeden Teil von dir hineinströmt, deine Arme bis in die Fingerspitzen und deine Beine bis in die Zehen wärmt, stell dir diese Wärme als Licht vor. Stell dir vor, wie sich dein Körper mit Licht füllt, bis du ein leuchtendes, strahlendes Wesen bist. Und lausche nun einfach meinen Worten. Nimm diese Mantren wohlwollend, nenn dich auf und atme einfach gleichmäßig weiter. Mein Körper hört meine Gedanken und reagiert darauf, wenn ich liebevoll mit mir umgehe. Meine Gedanken über meinen Körper sind nachsichtig und freundlich. Meine Worte sind sanft. Ich spreche sanft über mich selbst, vor mir selbst und anderen. Ich beschreibe meinen Körper mit Worten wie schön, stark und gesund. Ich wähle die Worte. Niemand darf schlecht von meinem Körper sprechen. Mein Körper dient mir gut und ich bin ihm dankbar. Mein Körper ist ein Wunderwerk und ein heiliges Gefäß für meine Seele. Ich denke liebevolle Gedanken über meinen Körper. Ich bin meinem Körper gegenüber mitfühlend. Ich achte stets auf meine Gedanken. Mein Körper hört meine Gedanken und reagiert darauf, wenn ich liebevoll mit mir umgehe. Meine Gedanken über meinen Körper sind nachsichtig und freundlich. Meine Worte sind sanft. Ich spreche sanft über mich selbst, vor mir selbst und anderen. Ich beschreibe meinen Körper mit Worten wie schön, stark und gesund. Ich wähle die Worte. Niemand darf schlecht von meinem Körper sprechen. Ich bin stark. Ich bin gesund. Ich bin kraftvoll. Ich bin kraftvoll. Ich bin voll strahlender Energie. Ich bin eine Vision von Schönheit und Selbstvertrauen für alle, die mich sehen. Mein Körper dient mir gut und ich bin ihm dankbar dafür. Mein Körper ist ein Wunderwerk und ein heiliges Gefäß für meine Seele. Die Mantren haben Wurzeln geschlagen und dein Herz hat bereits angefangen, an die Wahrheit der Mantren zu glauben. Du sitzt jetzt aufrechter und strahlst positive Energie aus. Wenn du deine Energie sehen könntest, würde sie ein warmes Licht aussehen, ein leuchtendes, gelbes Licht, das seinen Ursprung in deinem Bauch hat. Atme ein und atme aus und stell dir vor, wie du vollkommen von diesem Licht aufgenommen wirst. Stell dir vor, wie ein gelb-orangefarbenes Licht um dich herum wirbelt, wie die Strudel auf der Oberfläche der Sonne. Du bist eine strahlend helle Sonne inmitten des Universums. Du wirst dich im Laufe deines Tages immer wieder an dieses Sonnenbild erinnern. Und es wird dich sowohl energetisch als auch körperlich aufrichten. Du wirst aufrechter dastehen, zielstrebiger gehen und dich von diesem Schutzschild aus pulsierendem Licht erwärmt fühlen. Es wird die gesamte Energie anziehen, um dich weiter selbstbewusst zu präsentieren. Du fühlst dich kraftvoll und zielsicher, aber vor allem innerlich wie äußerlich schön. Und nun wird es Zeit, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Strecke dich, wenn du magst. Strecke dich, wenn du magst.